Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dyson's 4 Programme. Nach wie vor in Quarantäne natürlich und ja, nicht wirklich besser. So, wir haben hier Stein abgebaut im letzten Part. Da holen wir noch ein bisschen mehr. Nein! Vielleicht nicht. Auch so wenig. Hm, Silizium brauchen wir doch auch. Nehmen wir das gleich mal mit, wenn wir schon dabei sind. Nein! Ach, fuck you! Mann, wann ändern die das endlich? Das ist nicht eine Katastrophe. Also, okay. Es ist zwar nicht ganz alles weg, aber nur weil es nicht fertig gebaut ist, wird alles abgerissen. Das ist einfach scheiße. Wieso wird nicht nur das markiert, was auch noch nicht gebaut ist. Verstehe ich das nicht? Was? So, Silizium... Ne, nicht immer. Pas schon. Pas schon. Pas schon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann mit einem neuen Okay, da gibt es noch irgendwie eine zweite, die ist auch weit weg. Die lassen wir mal aus und... Jo, damit läuft mal der Steinabbau. Hoffentlich genügt das, wobei ich fürchte eher nicht, ehrlich gesagt. Was haben wir dort? Hey! Hey! Das ist der Planet, wo wir erst waren für Silizium. Alles klar. Da sind keine Akkus mehr. Oh oh. Wir haben ein Energieproblem. Und der chargt zu langsam. Oh, das geht auch schon auf die Akkus. Ah, können wir irgendwas tun. Geothermie würde sie nicht weiterbringen. Ja, können wir nicht wirklich was machen, offensichtlich. Shit. Mit einer Windturbine. Hier mit 80%. Nein. Nein, die liegt ab da. Kein Titan hier. Aber Kohle gibt es hier, die auch scheinbar irgendwo abgebaut wird. Ah, hier haben wir Energieproduktion. Okay. Wenn das so ist, dann können wir doch was machen. Besser. Besser. So, wenn der hier so extrem weit unten ist, kriegt er noch ein bisschen mehr. Sobald der voll ist, geht das eh wieder runter. Aber die Schiffe brauchen hier ordentlich Power. Und offensichtlich haben wir momentan genügend Silizium. Weil das ist hier voll. Ah, da fliegt wieder ein Schiff. Gut, das wäre der Planet hier. Warte, was wollten wir? Hier ist Stein. Ah, der hier ist schon voll. Da, die Station. Aber hier gibt es auch noch mal viel Stein. Da und da, schön dicht zusammen. Kimberlit. Hm, für Diamanten. Da ist auch Stein. Also, falls wir Stein haben, ist hier auch ein ganz guter Ort. Ah, das braucht noch. Dann mal zurück nach Mustafa und schauen, wie die Glasproduktion jetzt dort vorangeht. Oh, die Dyson-Sphäre ist so gut wie fertig dort. Oder zumindest die aktuelle Build-Stage. Glockend. Glockend. Ich bin aber auch nicht hin suppose. Irgendwie treffe ich die Ziele jetzt nicht, ne? Falsche Richtung, offensichtlich. Falsche Richtung, offensichtlich. Glockend. hier ist läuft es ist ziemlich viel glas hier hat mich viel stein hier glas ist auch viel und wir haben auch hier keine schiff das ist uns zu holen so ich habe sie gleich mal Schiffe sind die glas ausliefern können das bedeutet aber auch die brauchen Space Warp Kursklarer Logitech ah da kommen sie ja schon ah und schon fliegen die Schiffe auch mit glas wow gleich mal fast alle meinen sie wir haben Glasmangel wenn gleich mal neun Schiffe unterwegs sind zusätzlich scheinbar noch zu einem von unserer Heimatwelt wir schauen mal wie es dort läuft jetzt die Raketenproduktion ist ja schließlich das das wichtigste momentan das muss man vor allem vorantreiben müssen vielleicht sollte man auch das Pferd von hinten aufzäumen vor allem wenn man mal so weit ist wie hier jetzt vielleicht sollte man einfach ne große Linie bauen sagen okay hier sollen Raketen kommen und dann schaut mal dass man alles zur Verfügung stellt was halt gebraucht wird Frame Material haben wir auf jeden Fall genügt momentan glaube ich ja das dürfte passen die Produzieren hier brav die Produzieren hier brav die Produzieren hier brav da ist das Zeug unterwegs da ist das Zeug unterwegs es mangelt trotzdem an denen obwohl wir so viel okay gut wir haben das ausgebaut natürlich das ist natürlich blöd das ist natürlich schon blöd wir produzieren Vollgas aber es ist lange nicht genug und das Problem ist wir haben aber nicht genügend Frame Material für noch mehr wir müssten alles ausbauen wir haben aber wohl nicht drum rum kommen dabei ist das eh schon so ne fette Produktion hier aber das reicht hier noch immer nicht und nur die Sprayer für 20% mehr werden das auch nicht richten was bringt der hier 25% nochmal 5% drauf wird das Problem nicht lösen leider fuck was machen wir da Solar Sail Produktion da haben wir schon mal noch ein bisschen Headroom Frame Material halt nicht ne da haben wir schon mal noch ein bisschen Headroom wobei da könnten wir vielleicht schon noch mehr machen aber wir haben nicht die nötigen Maschinen dafür momentan Quantenchips dürften wir jetzt genug haben Titanglas Produktion läuft hier wieder oh wir haben sogar zu viel momentan weil bei den Pläne Filtern äh man geht es momentan an Casimir Kristallen aber das haben wir eh schon kommen sehen dass das passieren wird dass die jetzt wieder das Problem sind Pläne Filter sind aber dennoch mehr als genug da passt Quantenchips werden ebenfalls schon deutlich mehr gut dann schauen wir mal bei die ähm wie heißt Frame Material wo wir das noch ein bisschen ausbauen können 1 2 3 1 2 3 ich hoffe das stimmt obviously not Hallöck hol campaign man wo kann auch man wo das hat Oh, wir haben doch ein Problem hier mit Carbon Nanotubes. Ich glaube, aber ich weiß, wie wir das lösen können. Das geht hier sicher noch nicht mit maximaler Kapazität durch. Das kommt hier auch langsamer daher. Das sollten wir mal upgraden. Oh, das kommt hier, da kommt sogar ziemlich wenig daher. Oh oh. Das ist nicht so gut. Wieso auch nur diese kleine Produktion hier? Da kann nicht viel rauskommen dabei. Das ist jetzt scheiße. Ja, dann hat das überhaupt keinen Sinn. Dann hat das überhaupt keinen Sinn, da jetzt mit denen hier anzukommen. Es sei denn, wir machen das hier hin. Aber auch hier kommt zu wenig an, das merkt man. Dann portieren wir sowas nicht irgendwo? Wir wissen doch schon irgendwo, was die diese Special Ressourcen haben dafür, oder nicht? Ah, von hier kommt noch was. Hier wird's importuniert. So, dann. Oh oh, wir kriegen hier Wasserstoffprobleme. Und das geht wohl auch in die Casimir-Kristallproduktion. Okay, hier ist auch noch genügend drin an. Na, das braucht schon lange zum Speichern. Dennoch, Wasserstoff ist knapp. Leider brauchen wir sowas. Gibt's da keine andere Möglichkeit, die zu produzieren? Naja, braucht nur vier von den optischen Kristallen, statt einem Diamanten. Macht also überhaupt keinen Sinn, leider, dieses Rezept. Das kann man nicht vorher bauen. Ah, nicht nachher bauen, okay. So. Das hat nochmal. Dann kommt da noch so einer her. Perfekt. Damit sind jetzt viele Doppelte unterwegs. Das kann man ruhig auch mischen, denke ich mal. Oh, man sieht's doch, die sind ein bisschen höher. Ja, mal kriegen sie eins, mal kriegen sie zwei. Passt. Wie ist dann die Produktion hier? Kann man das schon sehen, irgendwie. Nicht allzu stark verändert. Das heißt, wir können hier nicht allzu viel nachbessern, leider. Aber wir sollten zwei weitere bauen können. Bis hier hinten, wenn ich's. Daher. Der geht genauso da hinten. Wir haben zwei weitere, es sind immerhin zwei weitere. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf waren's. Und jetzt sind zwei weitere. Also, geschätzt irgendwie 17% mehr Produktion. Sowas in die Richtung. Was kann man hier noch sehen? Power. Wow. Research. Dice-Sphäre. Oh, hier ist noch alles auf Chinesisch. Performance-Test. Ah, ist auch cool. Ah, da sieht man auch, wie sich das verändert. Der Draw Call wird immer mehr dadurch. So, oh man. Da war die Festplatte wieder voll. Ganz toll. Es fehlt gerade so nicht allzu viel. Also, ein bisschen was halt noch fehlt. Ähm, ja. Genau, wir haben das eben ausgebaut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit das drauf war. Ähm, wir haben auch mal geschaut. Wir produzieren fast 100 Raketen pro Minute. Die hier sind sowieso immer voll. Und so, hier staut sich's schon. Und der Ring nimmt bereits Form an. Aber das ist das Normale. Das ist fertig, die Struktur. Da fehlt aber noch an der Hülle einiges. Das und hier. Oh, das dauert noch. Das dauert noch. Das dauert noch ziemlich lang. Wir sollten vielleicht auch einmal schauen, dass wir dann, nachdem wir mehr Raketen jetzt produzieren, noch mehr Silos wieder haben. Können wir noch welche bauen? Na ja, da brauchen wir die. Die Graviton-Linsen. Und wir sollten mal schauen, was mit der Forschung ist. Ah, wir haben ja das hier angehalten. Okay. Schön. Dann werden wir das hier mal wieder verbinden, damit die Forschung weitergehen kann. Ah, die da. Mal geht's wieder an was Anderem. Natürlich. Okay. Okay. Irgendwo hier sollte man richtig sein. Oh, oh. Oh, 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 shit. Was ist hier wieder los? Wir haben für den nächsten Part schon ein neues Problem. Wir kriegen kein Eisen mehr. Offensichtlich verbrauchen wir entweder zu viel vom Eisen oder zu viel. Wir haben nicht genügend Eisenerz. Shit. Aber wir haben vier weitere Silos, um hier die Konstruktion des neuen Rings zu beschleunigen. Was machen wir jetzt noch? Das ist der Part wahrscheinlich ein bisschen länger, aber das ist egal. Ich bin jetzt noch da. Benют. Alsantwort neue Argumentine neunziek. Beide mit 뜨örleln Wir machen einfach nur ein Shameisten. Falls gut, auf denen man so leicht später weiß. Und da lasst k popert, Wir machen stattdessen. 被iste Abschluss confessed Schicksal. Aber wir können noch nicht hin zur Zeitung Für alle note sagen wir uns hier werden. Durch den Torfüßball. Es第一 Lausse nur ein fundamentally schlauoyu es mitnalytzen. Los-Lausse z� bearbe. Und geht schon los. Oh, da wargelt's an Raketen wieder. Oh, da wargelt's an Raketen. Ich meine, die Raketen können schließen. das war es aber wieder für diesen part ich bedanke mich fürs zuschauen sage bis zum nächsten mal